... der Renault Laguna, wie man gerade so schön am Plakat sehen konnte. Es gibt ja die blaue Lagune, die kennen Sie alle. Und selbst hier bei Außer Kontrolle gibt es eine Lagune, gesponsert von Renault. Also wir haben alles im Programm hier bei Außer Kontrolle, es ist wirklich unglaublich.